So, in diesem Vortrag geht es um die Frage, ob Legacy-Software wirklich ein Problem ist. Und bevor wir da loslegen, ein Hinweis, Legacy-Software ist tatsächlich eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, damit zu arbeiten, aber Legacy-Software hat auch Vorteile und deswegen möchte ich erstmal allen, die tatsächlich an Legacy-Software arbeiten, gratulieren. Und die Frage ist jetzt, warum ist die Arbeit mit Legacy-Software auch vorteilhaft? Und da ist es halt zunächst einmal so, dass Legacy-Software eben einen Business-Wert hat. Die hat einen Geschäftswert, das ist alte Software, aber nur weil sie einen Geschäftswert hat, deswegen arbeiten wir da dran. Hätte sie keinen Geschäftswert, würde man sie einfach wegwerfen. Das bedeutet, das, was wir dort tun, ist tatsächlich wichtig und wertvoll und meiner Ansicht nach auch eine interessante Herausforderung. Im Gegensatz zu Greenfield-Software muss man bei Legacy-Software noch ein paar zusätzliche Dinge beachten. Es gibt eben ein vorhandenes System, es gibt BenutzerInnen und so weiter. Und deswegen finde ich die Arbeit an Legacy-Software eigentlich sogar einen Schritt interessanter. Warum ist Legacy-Software noch positiv? Vielleicht sollte man erstmal sagen, Legacy-Software hat tatsächlich eine positive Konnotation. Eigentlich der Begriff Legacy ist positiv besetzt, zumindest außerhalb von IT. Legacy ist halt die Hinterlassenschaft oder das Erbe und das sind Dinge, die eigentlich positiv zu sehen sind. Was sind jetzt die Vorteile davon, wenn ich mit Legacy-Software arbeite? Dazu möchte ich erstmal die Frage beantworten, worum geht es denn eigentlich bei Softwareentwicklung allgemein? Und man könnte halt sagen, naja, es geht halt offensichtlich um Code und da bin ich mir gar nicht so sicher. Also wenn man sich zum Beispiel den Scala-Compiler anguckt, dann ist es dort so, dass die beiden Committer, die daran am meisten gearbeitet haben, das ist zum einen der Paul P., der hat 451.000 Zeilen Code gelöscht und 425.000 Zeilen Code hinzugefügt. Und Retronime hat 193.000 Zeilen Code gelöscht und 178.000 Zeilen Code hinzugefügt. Das heißt, beide haben eigentlich Netto-Code gelöscht. Das bedeutet, offensichtlich geht es eben nicht nur darum, Code zu schreiben, sondern eben auch Code zu löschen. Das, was die dort gemacht haben, ist auf jeden Fall sinnvoll und hilfreich. Weniger Code, mehr Features, das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Das heißt, es kann irgendwie bei Softwareentwicklung nicht nur um Code gehen. Und ich habe selber einen Blogbeitrag vor einiger Zeit geschrieben über das Thema KI in der Softwareentwicklung. Und da ging es auch um das Thema, was ist denn eigentlich Softwareentwicklung und worum geht es da? Und da ist ja einer der wichtigen Punkte in diesem Artikel, dass es eben bei Softwareentwicklung nicht um die Produktion von Code geht, wo KI gut unterstützen kann, sondern es geht eigentlich darum, dafür zu sorgen, dass wir überhaupt erstmal verstehen, was geschrieben werden muss. Also, wir haben Requirements, Engineering, wir müssen halt verstehen, was die Anforderungen sind und so weiter und so weiter. Und deswegen ist vielleicht eine ganz gute Metapher dafür, was wir bei Softwareentwicklung machen, ist Lernen. Wir lernen, wie man Dinge besser macht. Wir lernen Dinge über die Domäne. Wir lernen etwas über den Business Case. Wir lernen etwas über die Architektur. Wir lernen etwas über Technologien. Und das ist eigentlich das, was Softwareentwicklung so ein bisschen bedeutet. Dadurch, dass wir halt über die Domäne etwas lernen, über den Business Case etwas lernen, verstehen wir besser, was wir eigentlich implementieren müssen, wo der Fokus drauf gelegt werden muss. Dadurch, dass wir etwas über Architektur lernen, verstehen wir besser, wie man eben Architekturen baut. Und dadurch, dass wir etwas über Technologien lernen, lernen wir auch wieder etwas darüber, wie halt die Umsetzung passieren sollte. Das heißt, wir haben eben einen Lernprozess und wir haben irgendwie dort Feedback-Schleifen. Wir kriegen also von den BenutzerInnen mit oder vom Geschäft mit, ob das, was wir bauen, sinnvoll ist. Das ist etwas, was wir hineinbekommen können in unseren Entwicklungsansatz. Und durch Vorträge wie hier lernen wir etwas darüber, wie man eben eigentlich Software entwickeln sollte. Und auch das hilft uns eben dabei, Software zu entwickeln. Also haben wir verschiedene Ebenen, an denen wir dort lernen. So, der Vorteil, den wir jetzt bei Legacy System haben, ist, dass wir bestimmte Dinge wissen. Ein Ansatz, um das Domänenproblem zu lösen, ist bereits implementiert. Das heißt, bekannt ist die Domäne. Was ist das, was das System grob tun soll? Der Business Case, warum ist dieses System wertvoll für das Geschäft? Die Architektur ist bekannt. Wir haben zumindest mal eine Architektur implementiert mit einem Set von Technologien. Und wir kennen vor allem die Domänen-Expertinnen. Unternehmen, das sind Leute, die eben unsere Entwicklung des Systems beeinflussen wollen. Und wir können vor allem auch Benutzer erinnern. Wir wissen sehr genau, wer vor diesem System sitzt. Und das bedeutet, dass wir eigentlich tatsächlich Vorteile haben, dadurch, dass wir Dinge wissen. Das wird sich durch diesen Beitrag durchziehen. Also der Hinweis darauf, dass wir eben bestimmte Dinge wissen und dass wir damit gewinnbringend umgehen können. Was sind also Vorteile? Wir wissen zum Beispiel etwas über die Schwächen des Systems. Wir wissen, dass wir das System verbessern müssen. Deswegen beschäftigen wir uns typischerweise mit dem Legacy-System. Und da gibt es verschiedene Treiber. Ein Treiber sind veraltete Technologien. Wenn die Technologien alt sind, wollen wir eben das System auf neue Beine stellen. Und das kann eben ein Treiber dafür sein, dass wir uns mit dem Legacy-System beschäftigen. Ein anderer Treiber kann sein, dass das System schwer änderbar ist. Aber eigentlich ist es egal, ob ein System schwer änderbar ist oder nicht, solange man es nicht ändern muss. Das bedeutet, dass eigentlich das Problem neue Requirements sind. Nur dann, wenn ich neue Requirements habe, muss ich das System ändern. Nur dann ist eine schlechte Änderbarkeit des Systems wirklich ein Problem. So, und jetzt können wir uns die einzelnen Themen nochmal angucken. Also wir fangen mal an mit dem Thema hier mit den veralteten Technologien. Und da ist halt die Frage, ist das wirklich ein Problem? Der Grund, warum ich mir diese Frage stelle, ist, weil wenn wir ein Software-Entwicklungsprojekt oder ein Legacy-Modernisierungsprojekt machen, dann ist das ein teures, risikoreiches Projekt. Und wenn ich mit der alten Technologie weiterarbeite, ist das vielleicht weniger risikoreich und billiger. Ich kann versuchen, diesem Risiko, das ich eben habe, wenn ich ein System entwickle oder erneuere, dem zu begegnen, indem ich das eben einfach nicht mache. So, und jetzt ist die Frage, was für Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich so eine veraltete Technologie habe? Na, ich kann eben EntwicklerInnen in dieser alten Technologie fortbilden. Das dauert wahrscheinlich einige Zeit. Und da ist es vor allem auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir tatsächlich über die Technologie reden, aber auch über das System. Das heißt, wenn ich COBOL-EntwicklerInnen habe, dann können die halt COBOL, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie dieses System, über das ich dort gerade spreche, dass die das tatsächlich ändern können. Und das kann eben einige Zeit dauern, bis sie dazu tatsächlich in der Lage sind. Das kann durchaus in Monaten, vielen Monaten sich bemessen, die Zeit, bis sie dazu in der Lage sind, das System zu ändern. Das bedeutet, damit muss ich eben umgehen. Ich muss halt dieses Investment einplanen. Aber es ist vielleicht kosteneffizient und weniger risikoreich. Selbst wenn ich EntwicklerInnen fortbilde und da halt vielleicht sogar Personenjahre investiere, ist das wahrscheinlich billiger, als wenn ich viele Personenjahre investiere, um das System zu erneuern. Nun gibt es dort Situationen, wo ich halt sage, okay, ich habe eine Technologie, dafür gibt es keine Security-Updates mehr. Vielleicht ist dann eine Migration unumgänglich. Das kann durchaus sein. Vielleicht ist das Risiko dann eben tatsächlich nicht mehr tragbar. Und auch da kann man jetzt irgendwie Folgendes machen. Man kann halt irgendwie sagen, okay, ihr habt also da ein altes System, benutzt doch einen Cross-Compiler zum Beispiel. Also man kann aus Cobol-Code zum Beispiel Java-Byte-Code machen. Und vielleicht ist das eben eine Möglichkeit, um das vorhandene System mit relativ wenig Aufwand zu modernisieren. Man kann einen Emulator benutzen. Man kann vielleicht sogar einen Emulator selber schreiben, wenn man das unbedingt möchte. Auch das ist etwas, was vielleicht gar nicht so teuer ist im Vergleich dazu, dass man das System komplett neu entwickelt. Man könnte eine automatische Übersetzung machen, dass man eben von dem vorhandenen System in eine neue Programmiersprache übersetzt oder was auch immer. Und das ist wahrscheinlich risikoarm, denn es ist ein automatisierter technischer Prozess. Und das ist wahrscheinlich kosteneffizient, weil ich eben das ganze System nicht noch einmal neu schreiben muss. Da kann es durchaus sein, dass man einen Emulator bekommt, naja, das ist eine echt schlechte Idee, denn die Software muss änderbar sein. Und das finde ich ist feines Feedback, weil dadurch wissen wir jetzt, dass es eben nicht nur darum geht, diese veraltete Technologie zu beseitigen, sondern es geht eben auch darum, dass die Software änderbar sein soll. Und das bedeutet, dass ich jetzt tatsächlich ein anderes Spiel spiele. Es geht eben nicht nur darum, dass ich diese Software auf neue technologische Füße stellen möchte, sondern ich will sie irgendwie auch ändern. Und ehrlich gesagt passiert mir das öfter, als man vielleicht denkt. Ich glaube, das ist sogar eher das typische Szenario, dass man sagt, okay, das ist halt eine veraltete Technologie. Außerdem kann ich es nicht mehr ändern, also muss ich tatsächlich mal ernsthaft etwas hier anfassen und halt dort etwas ändern. Vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis. Wenn ich jetzt ein System habe, was eine Benutzeroberfläche hat und eine API und darunter eine alte, komplexe Technologie und ich baue jetzt ein neues System, das dieselbe Benutzeroberfläche oder dieselbe API hat, sich also für die Leute, die es aufrufen oder aber verwenden, genauso verhält wie vorher. Aber ich habe denn eine saubere Architektur drunter. Da stellt sich für mich die Frage, warum sollte das jemand unterstützen, der dieses System benutzt oder ein Geschäftsexperte ist? Weil das System danach ist ununterscheidbar von dem System davor. Das ist sozusagen eine perfekte Migration. Das ist halt deswegen doof, weil das sind die Personen, wo ich eigentlich eine Expertise benötige von diesen Personen, um dazu in der Lage zu sein, dieses System eben zu modernisieren. Das heißt, die müssten mir eigentlich sagen, was ich dort genau machen muss, was die wesentlichen Elemente sind, um es halt zu modernisieren und so weiter und so weiter. Und ich brauche auch denn politische Unterstützung. Ich glaube, spätestens an der Stelle, wo man von den BenutzerInnen und den ManagerInnen, von den BenutzerInnen irgendwie Querschüsse bekommt, und dann hat man halt ein richtiges Problem und das würde man halt gerne, glaube ich, vermeiden. Das heißt also, wir müssen jetzt irgendetwas bauen, was diese Leute, glaube ich, begeistert, idealerweise. Und das bedeutet, dass wir jetzt eine etwas andere Situation haben, als man vielleicht denken würde. Also man würde ja denken, dass irgendwie diese Änderbarkeit, mangelnde Änderbarkeit ein Problem ist. Die ist aber nur dann ein Problem, wenn ich neue Requirements habe. Die veraltete Technologie ist typischerweise nicht der einzige Treiber dafür, dass ich eben dieses Legisier-System anfasse. Das heißt, diesen neuen Requirements kommt eigentlich in eine zentrale Position zu. Das sind die, weswegen ich das System änderbar machen möchte. Und das ist typischerweise ein zweiter Treiber neben diesen veralteten Technologien. Und das bedeutet, dass ich idealerweise Business-Wert generieren sollte, auch in einer Technologie-Migration. Also dasselbe System hinzustellen und zu sagen, das ist eben genauso wie vorher, nur mit einer modernen Technologie. Das ist ein Projekt, was ich gerne nicht machen würde, weil das ein Projekt ist, was BenutzerInnen und andere Stakeholder typischerweise nicht unterstützen würden. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben durch das Legisier-System ein paar Vorteile. Und einer der Vorteile ist, dass wir den Business-Case kennen und wir kennen auch die Dominen-Expertinnen. Das heißt also, wir können das jetzt irgendwie ausnutzen und können irgendwie sagen, okay, wir haben also den Vorteil, da gibt es bereits ein System. Dieses System ist wertvoll. Wir müssen es nur noch optimieren. Und dieses existierende System kann uns jetzt etwas Freiheit geben, weil der Business-Case ist ja im Moment abgebildet. Und das heißt, ich muss jetzt nicht morgen damit rauskommen, sondern ich habe eben erstmal etwas, was ich nutzen kann, um halt diesen Business-Case zu erfüllen. Aber irgendwas muss sich natürlich ändern. Und das ist das, was irgendwie mit einer Migration gemeint ist. Und das führt zu der Frage, wie lange wird dann so eine Migration dauern? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Das ist letztendlich der Aufwand. Aufwand lässt sich direkt in Geld übersetzen. Und die Frage, wie viel Geld nun jetzt diese Migration kostet, ist, glaube ich, eine relevante. Und da kann man jetzt zum einen mal die Frage stellen, okay, dieses ursprüngliche System, wie lange hat das gedauert, das zu entwickeln? Zehn Jahre oder was auch immer. Wie lange braucht ihr für das neue System? Ein Jahr. Warum ist das in der Größenordnung schneller? So, und das andere, was man machen kann, ist, man kann Menschen die Zeit für diese Migration schätzen lassen. Also wir lassen halt diese Leute einfach die Zeit schätzen. In Monaten, vielleicht so mit Fibonacci-Zahlen. Das ist eine Folge, wo die nächste Zahl jeweils die Summe der beiden Zahlen davor ist. Also ich fange an mit 1 und 1. 1 plus 1 ist 2. 1 plus 2 ist 3. 2 plus 3 ist 5 und so weiter. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Und in dem Beispiel, wo wir das gemacht haben, kamen einstimmig raus 89 Monate. Das bedeutet, wir haben sieben Jahre. Und sieben Jahre irgendwelche Entwickler hinzusperren und die halt vor sich hinwerkeln zu lassen, ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich würde halt gerne in diesen sieben Jahren irgendwie Business Value generieren lassen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, so ein Projekt wird wahrscheinlich niemand genehmigen, wo man einfach sagt, sieben Jahre arbeiten die erstmal vor sich hin und dann kommt irgendwie plötzlich Business Value dabei raus. Sondern ich möchte gerne aus einer einfachen Investitionsrechnung heraus, glaube ich, früher Wert aus diesem Projekt rausbekommen. Das andere Problem ist, wir haben es vorhin diskutiert, eigentlich geht es bei Softwareentwicklung um Lernen und damit um Feedback. Und sieben Jahre zu arbeiten ohne Feedback ist irgendwie auch nicht so schlau. Das heißt, ich möchte eigentlich gerne, dass Software früher in Produktion geht und nicht früher Feedback bekommen. Also gehe ich schrittweise vor, also erzeuge ich Business Wert, während das Projekt noch läuft. So, und das bedeutet die Frage, ob ich jetzt ein Big Bang machen möchte oder schrittweise vorgehen will. Eigentlich will ich immer schrittweise vorgehen. Und die Gründe dafür sind, dass ich weniger Risiko habe. Ich kann Wert generieren, während ich noch migriere. Und ich kann vielleicht so Big Bang machen für kleine, einfache Systeme. Aber nicht für die Systeme, wo ich typischweise als Berater gefragt werde. Das sind eben Systeme, die meistens komplexer sind. Wie gesagt, für kleine Systeme ist das vielleicht fein, aber nicht für Systeme, die halt irgendwie länger gebaut werden. Noch ein Grund, weswegen ich schrittweise vorgehen würde, ist, dieser Satz hier, also ein komplexes System, das funktioniert, das wird immer hervorgegangen sein von einem einfachen System, das funktioniert hat. Es ist von diesem John Gell Systematics, How Systems Really Work and How They Fail. Und was das bedeutet ist, wenn ich eine Migration mache und ich mache sie Big Bang, dann habe ich ein Problem. Denn ich versuche, ein komplexes System auf einmal zu bauen und nicht evolutionär. Das heißt, ich sollte evolutionär arbeiten. Ich sollte ein kleines Ding bauen und dann schrittweise das weiter aufbauen, denn nur so kann ich das vorhandene System mit der vorhandenen Komplexität tatsächlich ernsthaft ablösen. So, das bedeutet also, ich sollte so vorgehen, wie es hier steht, schrittweise das System ablösen. So, dann habe ich jetzt wieder einen Vorteil. Ich kenne nämlich eine Implementierung der Geschäftslogik, eben das Legacy-System. Und jetzt ist irgendwie die Frage, ob ich einfach dieselbe Logik nochmal neu implementieren sollte. Und das ist etwas, was mal vielleicht erstmal einfach aussieht, wo man irgendwie sagen würde, naja, wenn ich das einfach neu implementiere, so wie es halt vorher war, das kann ja nicht so schwierig sein. Aber in Wirklichkeit führt das zu langsamer Entwicklung, weil man jetzt die gesamte Komplexität des Legacy-Systems sich angucken muss, das reverse-engineeren muss, herausfinden muss, was tatsächlich funktioniert. Vielleicht ist nicht mehr klar, warum es so funktioniert, was eigentlich mal die Anforderungen waren. Und das führt dazu, dass die Arbeit frustrierend ist, weil es eben wahnsinnig lange dauert und aufwendig ist, herauszufinden, was dieses System wirklich tut. Und ich kann eben nicht so einfach neuen Code schreiben. So etwas ist ein Setting, wo oft die IT der Treiber ist. Wo ich also aus der IT-Perspektive sage, ich habe halt dieses alte System, ein neues System aufbauen. Und dadurch werde ich ein technisches Problem lösen, nämlich das Problem, dass das System eine veraltete Technologie hat. Und das Ergebnis davon ist oft ein sehr komplexes System, das eben genauso aussieht wie das Legacy-System und genauso kompliziert ist. Und dann habe ich irgendwie neue Legacy. Und da erinnere ich nochmal an diese Folie, also warum würden Business-Expertinnen es unterstützen, wenn ich dasselbe System nochmal neu baue, genauso kompliziert und schlecht, wie es halt vorher war. Und das ist eben schwer vorstellbar, dass ich das wirklich, wirklich möchte und damit wirklich erfolgreich sein kann. So, und da kann ich jetzt wieder einen Vorteil ausspielen. Ich kenne den Business-Case, ich kenne die Domäne-Expertin, ich kenne die User und kann das für mich nutzen. Und zwar kann ich das nutzen, um die Domäne zu explorieren. Also was ist es eigentlich, was ich löse mit diesem System? Was könnte ich lösen? Und ich könnte jetzt eben dadurch neue und nützliche Geschäftsfunktionalitäten implementieren. Fragen sind halt nicht, was wollen Benutzer, was finden Benutzer gut? Was ist der Wert des Systems? Wie kann ich diesen Wert verbessern? Und vielleicht sind da sogar Sachen, die ich jetzt implementieren kann durch ein neues System, die ich halt vorher nicht implementieren konnte und die halt viel zu kompliziert waren. Und das ist etwas, was einen ganz anderen Wert darstellt für diese Migration. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Also in dem einen Beispiel ist es eben so, dass man gesagt hat, wir migrieren dieses System hin Richtung Microservices. Und ich habe mir das halt irgendwie angeguckt und habe dann irgendwie die Frage gestellt, was ist denn der Wert für einen Kunden oder für einen Benutzer des Systems? Und da kam halt eigentlich nichts Befriedigendes raus. Also ja, das System ist dann irgendwie leicht erwartbar, das verstehe ich, aber das hilft ja nicht. Das ist ein indirekter Nutzen. Ich habe nichts davon, dass das System leicht erwartbar ist. Das nützt mir erst dann etwas, wenn ich tatsächlich Änderungen an dem System mache. Und daraufhin gab es eine neue Strategie und die neue Strategie hat gesagt, wir implementieren neue Features. In dem konkreten Fall ein Feature, um eine größere Anzahl an Produkten anzubieten, an die Kunden. Und dadurch kriegen wir halt mehr Wert, weil wir jetzt eben ein Business Feature haben, wo wir sagen, wir können eben mehr Produkte an Kunden anbieten und wir haben mehr Motivation, weil Entwickler jetzt etwas tatsächlich sozusagen Sinnvolles dort machen. Etwas, was tatsächlich Wert generiert für BenutzerIn. Das ist zum Beispiel aus meiner Praxis. Es gibt ein anderes Beispiel. Da ist es ähnlich, also auch wieder eine schrittweise Migration in Richtung Microservices, so wie man es eigentlich machen sollte. Aber, und der Plan in diesem Fall war, überhaupt gar keinen Business Wert zu erzeugen, was zu Frustration im Team geführt hat. Und irgendwann ist dann rausgekommen, dass halt die BenutzerInnen mit Reporting Probleme haben. Das Reporting war nicht besonders stabil. Man musste halt öfter die Reports neu generieren und so weiter und so weiter. Was dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, naja, wir nehmen jetzt das Reporting als erstes und wir implementieren das neu. Diese Implementierung ist eben vorteilhafter, besser, qualitativ hochwertiger. Das führt zu Vorteilen für BenutzerInnen. Und das ist etwas, was sonst vielleicht gar nicht oder erst sehr spät tatsächlich passiert wäre. Und das hat eben zu einer höheren Motivation für das Team und auch für Business Experten geführt. Und das kommt aus dieser Episode zum Strangler-Fake-Pattern. Strangler-Fake ist eine Würgefeige. Da ist das genau ein Beispiel. Und Strangler-Fake-Würgefeige ist ein Pattern, mit dem ich eben Legacy Migration machen kann. Dazu komme ich nachher nochmal im Detail. Das Ganze, was ich hier vorstelle, ist für mich so ein Teil von Domain-Driven Design. Und Domain-Driven Design finde ich deswegen auch gut, weil der Name einfach gut ist. Es sagt sehr klar, was zu tun ist. Die Domäne soll das Design treiben. Und in diesem spezifischen Fall würde es eben bedeuten, dass die Domäne die Migration treibt. Und das bedeutet, dass eben die Frage ist, wo ist eigentlich der Business Wert? Und darauf sollte ich losmarschieren. Das ist das, was ich tatsächlich als wesentlichen Fokus für die Migration wählen sollte. Wie gesagt, dieser Begriff Domain-Driven Design ist, glaube ich, gut. Und hier breche ich das runter auf, die Migration muss Business Wert bieten. Und dadurch ist sie dann von der Domäne getrieben. Vorteile, mehr Motivation, bessere Unterstützung durch Domäne-Expertinnen und Benutzer. Sachen, die ich so typischerweise mache, sind so ein paar Fragen. Also warum migrieren wir eigentlich das System? Was sind die Ziele? Was sind die Gründe dafür? Und die Frage, warum migrieren wir? Die ist meistens relativ einfach beantwortbar. Das ist etwas, was die Teams sehr gut beantworten können. Ob es denn viel Einblick bringt, weiß ich nicht. Ich hatte vorhin darüber diskutiert, dass beispielsweise die Aussage, wir haben eine veraltete Technologie, eigentlich nicht ausreichend ist, dass man da eigentlich mehr wissen muss und halt mehr sich überlegen muss, als dass nur die Technologie modernisiert wird. Deswegen ist halt zum Beispiel eine Frage, warum migrieren wir jetzt? Also warum nicht in einem Jahr, warum nicht vor einem Jahr? Und das ist etwas, was dann vielleicht eher zu den wahren Gründen führt. Also wir haben jetzt eine veränderte Landschaft, in der der Wettbewerb anders agiert und wir müssen mit unserem System dahinter herkommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, haben wir halt ein Problem. Und das ist dann irgendwie eine Diskussion. Und diese Treiber, die halt irgendwie aus dem Business kommen, das ist etwas, wo man im Extremfall sagen kann, diese Migration ist ein Teil einer Business-Strategie. Ich fange also an und sage, ich habe hier bestimmte Dinge, die ich halt im Markt positionieren möchte und welche Produkte, die möchte ich halt durch meine IT-Systeme abbilden. Und das kriege ich nur hin, wenn ich eben meine Systeme modernisiere. Das ist etwas, was ich aus der Architektinnen-Perspektive vielleicht unterverstehen muss. Aber da ist halt auch gleichzeitig so ein Problem, weil ich bin halt ein Architekturberater, ich bin noch nicht mal Architekt und ich bin kein Geschäftsberater, kein Business-Consultant. Das heißt, ich finde es ein bisschen schwierig, Leute zu beraten in Bezug auf ihre Geschäftsstrategie. Das machen meine Kollegen. Deswegen haben wir bei Sveglab eben auch ein relativ breites Portfolio an Dienstleistungen. Aber ich selber fühle mich da eben nicht so heimisch. Und das führt dann irgendwie zu der Frage, will ich diese Frage stellen nach der Geschäftsstrategie? Und ist das eine Frage, die uns tatsächlich weiterbringt? Und das muss man sich eben überlegen. Und ich glaube, das geht allen ArchitektInnen so, dass sie sich überlegen müssen, ob sie eben diese Frage stellen und wie sie mit diesen Problemen sozusagen umgehen. Da gibt es diesen Nicktune. Nicktune sieht das Ganze sehr radikal eigentlich als einen strategischen Ansatz. Sagt also, was wir in Wirklichkeit haben, ist eine Änderung in der Geschäftsstrategie. Und daraus ergibt sich eben, dass wir auch etwas in der Software machen müssen. Da gibt es zum Beispiel den Business-Model-Canvas, mit dem ich halt schauen kann, wie sich mein Business-Modell verändert. Und daraus ergeben sich Anforderungen an die Architektur. Und das treibt die Migration. Ich habe darüber in Software-Harchitektur im Stream eine Episode gemacht, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, wo ich auch die ganzen Artefakte vorstelle, die der Nicktune da sieht. Und das Schöne dabei ist, dass das eben so ein großer, globaler Ansatz ist, der irgendwie sagt, okay, wir haben die Geschäftsstrategie. Und daraus ergibt sich halt eine Migration. Nicktune schreibt auch gerade im Buch zu diesem Thema. Das ist also etwas, wo man diese Ideen auch wiederfindet. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass die Legacy-Migration nicht neue Legacy erzeugen sollte. Da hilft dieses Strangler-Fig-Pattern. Und hier ist so eine Abbildung von so einem Strangler-Fig. Was man hier sieht ist, da war mal ein Baum drin. Und jetzt sind da so liarenähnliche Dinger drumherum. Und der Baum innen drin ist abgestorben. Sodass da halt in der Mitte so ein freies Volumen sozusagen ist. Und draußen rum sind eben diese Würgefeigen, die Strangler-Figs. Und Würgefeigen wachsen irgendwo in einem Baum parasitär. Das heißt, die leben von dem, was sie halt dem Baum abnehmen. Und sie wachsen von dort aus dann einmal nach oben zum Licht. Und nehmen irgendwie diese Energie erstmal vom Baum. Haben dann aber irgendwann selber auch Wurzeln. Und das Spannende dabei ist, und das ist, glaube ich, etwas, wo diese Metapher auch hilft. Das Ziel der Würgefeige ist nicht, den Baum zu töten. In diesem Fall, den man hier sieht, ist es so, dass das tatsächlich passiert ist. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eigenes Wachstum. Ich glaube, die Metapher ist wirklich gut. Was wollen wir denn machen bei einer Software-Migration? Wir fangen also irgendwo mit der Migration an. An der Stelle, wo der Business-Wert hoch ist. Also zum Beispiel getrieben von der Auswahl der Produkte. Oder eben, wie in dem anderen Beispiel, durch das Reporting. Wir nehmen irgendwelche Dinge von dem Originalsystem. Also zum Beispiel bearbeiten wir irgendwelche Events. Abschlüsse für ein neues Versicherungsprodukt wäre vielleicht etwas, was ich bearbeite. Oder eben Requests nach irgendwelchen Daten oder was auch immer. Und ich kann bestimmte Assets erstmal übernehmen. Also zum Beispiel eben das Erzeugen von Reports oder solche Geschichten kann ich da halt übernehmen. Und dann wachse ich von dort aus. Und mein Ziel ist es halt, mit Features wie zum Beispiel Report-Generierung oder anderen Sachen Wert zu erzeugen. Mein Ziel ist es nicht unbedingt, die alte Anwendung zu killen. Und das ist ein bisschen fast widersprüchlich. Denn in gewisser Weise ist das natürlich mein Ziel. Aber wenn ich den Business-Value in den Mittelpunkt stelle und nicht so sehr das Killen der vorhandenen Anwendung, dann ist es, glaube ich, ein besseres Projekt. Am Ende ist es eben so, dass wir Business-Value generieren müssen. Und wir werden nicht danach gemessen, dass wir halt irgendwie alte Software gekillt haben, sondern wir werden danach gemessen, ob wir eben Business-Value generiert haben. Und das stelle ich hier bewusst in den Mittelpunkt. Da helfen uns jetzt bestimmte Dinge wieder, die wir durch die Legacy-Software kennen. Durch die Legacy-Software kennen wir zum Beispiel die existierende Architektur. Nachdem wir jetzt eben wissen, dass Softwareentwicklung lernen ist, kann man eben die Frage stellen, diese Migration verbessert die eigentlich wirklich die Architektur? Sollten wir nicht irgendwie neu anfangen? Und dazu ist es vielleicht ganz gut, sich erstmal ein Zielbild zu überlegen. Also was ist das, wo wir eigentlich hinwollen? Was ist das, wie das System idealerweise aussehen sollte? Und ich finde, da sind Bauen und Context-Host-Management-Design hilfreich. Und die würde ich halt versuchen zu identifizieren oder die kann man identifizieren, dadurch, dass man Funktionalitäten zusammenclustert. Also wir sagen jetzt hier zum Beispiel, es gibt die Rechnungslegung. Und das ist jetzt eben ein einzelnes Modul, was eben die Rechnungslegung macht. Der wichtige Punkt dabei ist, das ist eine Funktionalität. Eine Funktionalität, die halt Rechnung erzeugt. Und jetzt diskutieren wir halt, ob die Berechnung der Mehrwertsteuer mit zu der Rechnungslegung gehört. Und da können wir jetzt sagen, so wie ich es hier gemacht habe, ja, das gehört irgendwie da rein und das können wir auch argumentieren, nicht in einer Rechnung steht irgendwie die Mehrwertsteuer drin und deswegen passt das irgendwie zusammen. Man könnte irgendwie auch sagen, nee, das passt irgendwie nicht zusammen, weil ich zusätzlich eine andere Information benötige und das halt eigentlich ein getrenntes Modell sein sollte. Vielleicht ist das Modell halt auch zu kompliziert. Das ist für mich beides fein. Es geht für mich hier drum, dass wir über Funktionalitäten reden und wir über Funktionalitäten strukturieren. Und das ist der wesentliche Punkt. Also sagen wir, diese beiden Sachen fachlich gehören zusammen. Und wir sagen nicht, na, die ändern sich immer zusammen, weil das wissen wir nicht. Und das kann sich ja mehr auch in Zukunft ändern. Und wir haben ja auch keine technischen Aspekte, nicht? Also wir sagen auch nicht, das ist irgendwie UI oder so, sondern wir haben eben tatsächlich Funktionalitäten, die wir zusammenstrukturieren. So, und ich würde jetzt sagen, bestimmte Dinge sind offensichtlich. Also zum Beispiel Tracking, wo ist mein Paket? Das ist nun wirklich getrennt von der Rechnungslegung. Das heißt, das ist wirklich ein getrenntes Modul. Sehr klar. Also ist das getrennt. Und sowas wie der Shoppingcard ist irgendwie wahrscheinlich auch von beiden Sachen getrennt. Und ich wäre sehr überrascht, wenn irgendjemand eine andere Meinung wäre. Bei der Lieferung, also bei der Frage, wie kriege ich Waren eigentlich zum Kunden, da ist es wieder was anderes. Da kann man vielleicht argumentieren, dass es halt mehr zum Tracking gehört. Das heißt, ich habe jetzt hier eben ein Modul, das Tracking und Delivery macht. Und dann habe ich das Entgegennehmen einer Bestellung. Und das gehört irgendwie zusammen mit dem Shoppingcard. Also habe ich jetzt drei Module. Ich habe den Prozess der Rechnungslegung. Und da sind eben Rechnungen drin und die Berechnung der Steuern, der Mehrwertsteuer. Dann habe ich sowas wie Shipping. Da ist eben das Tracking drin. Aber auch der Algorithmus, der mir sagt, wie ich Dinge zum Kunden bekomme. Ob ich die versichert verschicke, ob ich die per Express verschicke oder was auch immer. Und dann der Bestellprozess mit dem Shoppingcard und dem Annehmen von Bestellungen. Und jetzt habe ich ein System definiert mit lauter Fachlichkeiten, einzelnen Modellen für diese Fachlichkeiten. Das sind also relativ kleine, unabhängige Modelle. Und das bedeutet, ein Request, eine Änderung, werden typischerweise nur eins dieser Modelle, einen dieser Bauern und Kontexte erwischen. Und das ist nicht Zufall, sondern das ist so, weil ich das System so designt habe. Ich habe gesagt, Funktionalitäten sind jeweils in einem Modul. Das heißt, wenn ich die Funktionalitäten ändern möchte, erwische ich typischerweise ein Modul. Es sei denn, es sind mehrere Funktionalitäten, die über Module verteilt sind. Das ist aber eher die Ausnahme. Und wenn ich irgendetwas machen möchte mit dem System, eine Funktionalität benutzen will, dann werde ich das typischerweise in einem dieser Module wiederfinden. Also wird ein Request an einem Modul gehen. So, und damit habe ich jetzt irgendwie drei baune Kontexte. Invoice Processing, Shipping und Order Prozess. Und jedes von diesen Modellen wird irgendwie ein Produkt wahrscheinlich enthalten. Wenn man sagt, hey, bau doch mal ein System, was sich um Rechnungslegung kümmert, dann werde ich da ein Produkt haben. Und von dem Produkt interessiert mich der Preis. Beim Verschicken interessiert mich vom Produkt eher die Größe und das Gewicht. Beim Bestellprozess vielleicht die Beschreibung und die Marketinginformation. Ich werde wahrscheinlich auch einen Kunden haben. Ich werde einem Kunden eine Rechnung schreiben und dann interessiert mich vom Kunden die Adresse, an die ich die Rechnung schicken möchte. Beim Shipping interessiert mich, wo ich die Ware hinschicken soll. Und beim Bestellprozess interessieren mich sowas wie Recommendations, die ich da ausgeben kann. Das ist ein Resultat dieser Aufteilung nach Funktionalitäten. Und die jeweiligen Daten, die ich für diese Funktionalitäten brauche, sind in den jeweiligen Modulen drin. Das ergibt sich daraus. Und das bedeutet, dass ich hier jetzt eben drei Module habe mit jeweils eigenen Daten. Und by the way, das sind eigentlich nicht nur eigene Daten. Wenn ich mir ja auf Kosten von SwagLab ein Laptop bestelle, dann ist der Kunde, dem man die Rechnung stellt, das ist SwagLab. Und die sitzen in Hamburg. Der Kunde, dem ich das zuschicke, das bin ich. Und ich sitze in Kaiserslautern. Und das bedeutet, dass wir hier nicht nur unterschiedliche Datenmodelle haben, sondern wir haben tatsächlich unterschiedliche Dinge. Also wenn ich jemanden frage, der im Bereich Lieferung arbeitet, wer denn der Kunde ist, dann sagt er mir, das ist der Eberhard. Der wohnt übrigens in Kaiserslautern. Wenn jemand aus der Buchhaltung, wenn ich den halt frage, der sagt mir, das ist die SwagLab GmbH mit Sitz in Hamburg. Und die haben beide irgendwie recht. Und das ist das, was wir hier eigentlich sehen, dass ich eben unterschiedliche Modelle habe für diese unterschiedlichen Bereiche. So, und jetzt kann ich Folgendes machen, wenn ich einmal so ein Zielbild definiert habe. Ich kann jetzt sagen, dass ich im Rahmen eines Requirements einen Migrationsschritt jeweils gehe. Das System, was wir hier ja haben, hat ja Vorteile. Wir können jetzt Änderungen tendenziell in einem bauenden Kontext jeweils abarbeiten. Und das bedeutet, dass ich da eigentlich hin möchte. Und vielleicht ist es so, dass wenn ich irgendetwas implementiere, dass das dann besonders einfach wird, wenn ich eben vorher im Migrationsschritt gehe. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe ja jetzt ein System, das macht halt Bestellung und Rechnung in einem System. Dann gibt es dann wieder ein System, was halt die Sachen zuliefert. Und ich habe ja noch so ein Produktinformationssystem, das halt alles weiß über Produkte. Und ich habe ein Customer-Informationssystem, das alles weiß über Kunden. Diese Aufteilung widerspricht dem, was ich vorher gesagt habe. Das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass jede dieser Funktionalitäten, Rechnungslegung, Lieferung, ein eigenes Modell für Produkte hat und ein eigenes Modell für Kunden. Und hier habe ich jetzt bedauerlicherweise eine Architektur vorliegen, die sagt, nein, ich habe ein System, das weiß alles über Kunden, ein System, das weiß alles über Produkte. Und damit muss ich mich jetzt irgendwie arrangieren. Jetzt komme ich halt um die Ecke und sage, ich baue ein neues System zum Beispiel für Reporting. Und ich baue ein neues System für Bestellprozesse. Und da würde ich jetzt ein Replika einbauen mit einigen Daten, zum Beispiel für das Reporting. Warum ein Replika? Weil ich dadurch einen Einstieg habe in eine größere Unabhängigkeit. Was ich jetzt nämlich machen kann, ist, dass ich im Reporting zusätzliche Informationen speichere, die ich nur für das Reporting benötige. Und für diese Information muss ich das alte System mit den Produkten und den Kunden beispielsweise nicht mehr ändern. Das heißt also, ich habe dort eine stärkere Unabhängigkeit und dasselbe würde ich halt versuchen für einen Bestellprozess. Wenn ich diese Daten nicht replizieren würde, sondern immer noch hier in dem Produktinformationssystem und in dem Customer-Informationssystem alle Informationen über Kunden oder Produkte speichern würde, dann müsste ich das eben anpassen, ändern, jedes Mal, wenn Reporting oder Order irgendetwas geändert haben möchte. So habe ich hier diese Replikas und kann die eben unabhängig weiterentwickeln. So, jetzt ist eine interessante Frage. Ist das eigentlich eine bessere Architektur? Eigentlich wollen wir ja das Legacy-System ablösen. Eigentlich wollen wir, dass es einfacher wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Also das Reporting ist ein neuer zusätzlicher Teil. Dadurch haben wir mehr Abhängigkeiten zur Legacy. Das heißt, wir können argumentieren, dass es schlechter geworden ist. Wir haben mehr Teile. Wir haben eben ein neues Teil gebaut. Wir haben keins der alten Teile abgeschaltet. Und es ist also insofern schlechter geworden. Der Bestellprozess ist hoffentlich besser strukturiert. Aber der alte Bestellprozess ist ja immer noch da. Das heißt, da könnte man jetzt irgendwie auch argumentieren, es ist sozusagen schlechter geworden. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil was ist denn eigentlich eine gute oder schlechte Architektur? Also wir haben jetzt hier implizit angenommen, dass eine gute Architektur eine ist, die halt besonders einfach ist. Und nach der Definition haben wir tatsächlich ein Problem. Es ist irgendwie schwieriger geworden. Es gibt mehr Teile mit mehr Abhängigkeiten untereinander. Aber ist das wirklich das Ziel? Ist das wirklich ein wichtiges Ziel? Wir haben es nicht erreicht. Wir haben es auch nicht geschafft, uns dem anzunähern. Und ich bin gar nicht so sicher, warum diese endgültige Architektur, die wir halt irgendwann haben wollen, mit dem Bauern und Kontexten, warum die eigentlich so wichtig ist. Wichtig ist, was wir ja tatsächlich hinbekommen. Und wichtig ist, dass wir bestimmte Business-Features auf die Reihe bekommen haben. Wenn man das als Maßstab ansetzt, dann würde man sagen, das ist eine gute Architektur, weil sie hilft dem Business weiter. Und sie erfüllt dieses Ziel. Das Ziel, das Geschäft zu unterstützen. Und ich habe hier so ein Bild mitgebracht von einem Gebäude in Schleswig. Schleswig, eine Stadt in Schleswig-Holstein. Und dieses Gebäude hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Das heißt, das war mal ein Kloster. Dann ist es ein Armenhaus geworden. Und jetzt mittlerweile ist es ein Teil des Rathauses. Und was man hier sieht, ist diese Mauer. Hier, die ist irgendwie, das sind ganz viele Backsteine. Und hier oben ist irgendwas zugemauert mit anderen Backsteinen. Hier ist ein Fenster. Aber da ist irgendwie auch ein Teil zugemauert. Und ein Fenster ist da drin. Und hier ist was Ähnliches. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. Das sieht so ein bisschen aus, als gäbe es da eine große Lücke in der Mauer. Und da ist irgendwas zugemauert worden. Hier ist auch irgendwas zugemauert worden. Und ich fand das ein relativ schönes Bild dafür, wie ein Gebäude aussieht, wenn es eben über hunderte von Jahren weiterentwickelt wird. Und sich jeweiligen Anforderungen anpassen muss. Und das ist sicherlich keine saubere Architektur in dem Sinne, dass jetzt eben alles ganz sauber dasteht und halt sauber designt ist. Aber es ist eben jetzt ein Gebäude, das seinen Zweck erfüllt als in diesem Fall Rathaus. Eine Metapher, die ich da ganz spannend finde, ist, wenn ich irgendwo hingehe, also ich will zum Beispiel diesen Berg erklimmen, dann ist das mein Ziel. Und das ist die Metapher für das Projektziel. Ich möchte also da idealerweise hin migrieren, hin zu einem großartigen, vollständig modularisierten System. Und dann habe ich halt irgendwie so einen Pfad dahin, der mich da irgendwie hinbringt. Und das ist das, was, glaube ich, viele versuchen umzusetzen und halt auf die Reihe zu bekommen. Und ich muss gestehen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass sowas schon einen Sinn macht, sich zu überlegen, ich möchte halt diesen Berg erklimmen oder ich möchte halt dieses Projektziel erreichen. Aber ich habe halt irgendwelche Probleme. Also vielleicht ist der Wanderweg gesperrt. Dann ist irgendwie die Frage, wie mache ich hier weiter? Und das sind meine jetzigen Requirements, muss ich irgendwie umsetzen. Das führt zu der Frage, was ist eigentlich der nächste Schritt? Also wie kann ich die nächsten Requirements implementieren und dabei in die richtige Richtung laufen? Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Ziel nicht zu verachten. Also zu sagen, okay, da will ich irgendwann hin. Ich möchte das Zielbild erreichen. Aber mein Fokus muss auf die nächsten Features sein. Also zum Beispiel auf das Reporting oder was auch immer da halt sonst rumläuft. Und das bedeutet, dass ich da eben schrittweise vorgehen muss und mir überlegen muss, was der jeweils nächste Schritt ist. Und es ist sicher sinnvoll, mal so ein Zielbild zu entwerfen, aber es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es eben dauert, bis ich es umgesetzt habe oder bis ich auch nur Teile davon umgesetzt habe. In der Realität habe ich eben oft das Gefühl, dass halt gesagt wird, wir machen so eine Architektur, wir machen ein Zielbild und da kommen wir dann irgendwie magisch hin. Und dass da irgendwie Requirements kurzfristig sind, das ist halt irgendwie offen, insbesondere für so Migration. Und da ist eben die Frage, welchen Wert generierst du eigentlich in den nächsten Monaten? Das ist ja die Diskussion, die wir vorhin schon mal geführt haben. Also was ist das, was jetzt kurzfristig umgesetzt werden kann und wir kurzfristig Vorteile generieren? Ein Hinweis noch, dieser Big Ball of Mud hat ja so ein Negativ-Image. Aber eigentlich bedeutet das, dass einige Teile des Systems vielleicht eben nicht mehr repariert werden können, nicht mehr modernisiert werden können. Die sind vielleicht auch so, dass man da nichts mehr investieren möchte. Und die kann ich jetzt isolieren, da irgendwie liegen lassen. Und da kann ich aus diesem Big Ball of Mud, das Pattern Sweeping It Under The Rug, also es unter den Teppich kehren, anwenden. Das ist halt deswegen wichtig, weil Big Ball of Mud ist ein Pattern. Ich habe dafür auch eine Episode gemacht bei Sofa Architektur im Stream. Da habe ich genau das diskutiert. Also was ist eigentlich ein Big Ball of Mud? Wie gehe ich damit um? Und sowas wie Sweeping It Under The Rug, also es unter den Teppich kehren, ist ein valider Ansatz, um damit umzugehen mit einem Legacy-System. Ich muss wahrscheinlich Kompromisse machen, während ich migriere. Wahrscheinlich kann ich einige Migrationsschritte dann nicht mehr durch Business-Wert motivieren. Was ich hier versuche zu sagen ist, wenn ich mich nur darauf fokussiere, Features zu implementieren und dazu zu kommen, dass ich eben neue Features implementiere und dabei mich vielleicht einem Zielbild annähere, dann habe ich halt ein Problem, weil vielleicht die Komplexität immer weiter wächst, sie aber nicht wirklich abnimmt. Und irgendwann würde ich mir ja wünschen, dass ich alte Systembestandteile wirklich mal eliminiere und wegwerfe. Und das kann ich vielleicht nicht nur durch Business-Value argumentieren. Und deswegen brauche ich dann wahrscheinlich so etwas, wo ich sage, okay, jetzt ein Requirement, ich implementiere da etwas und migriere. Dann habe ich einen reinen Migrationsschritt, der also nicht durch Requirements getrieben ist, sondern nur durch eine Migration. Und dann habe ich wieder so einen Requirements-Migrationsschritt kombiniert. Vielleicht ist es dann eben so, dass ich durch so einen Migrationsschritt jetzt das alte Bestellsystem komplett eliminiere, obwohl die letzten Überreste nicht wirklich einen Business-Value noch generieren würden. Aber ich habe dann eben tatsächlich etwas in der Migration endlich weggeworfen. Bei den Kompromissen ist auch noch eine Frage, ist eigentlich so eine Migration die einzige Möglichkeit, um Dinge besser zu machen? Und da haben wir auch wieder so einen Vorteil. Wir kennen das existierende System und die Umgebung. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir ganz viele Herausforderungen dort haben. Das heißt, ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu verbessern und zu optimieren. Also habe ich halt ganz viel Auswahl, was ich machen kann. Also hier wieder so ein konkretes Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Aufgabe war, migriere Richtung Microservices. Warum tue ich das? Weil ich Teams entkoppeln möchte. Das ist aber extrem aufwendig, weil das bedeutet, dass ich das gesamte System einmal neu implementieren muss mit einer anderen Architektur. Da kann man jetzt ein bisschen tiefer reinwohnen. Also was ist denn nun wirklich das Problem? Wirklich ist das Problem, dass man eben nur so häufig jeden Tag deployen kann. Und das bedeutet, dass ich eben ein Problem habe, weil die Continuous Delivery Pipeline so oft blockiert ist. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine Änderung in Produktion bringen, dann dauert das eben, bis ich das auf die Reihe bekomme, weil irgendjemand anders gerade dabei ist zu deployen. Und das dauert lange, sodass ich eben erstmal blockiert bin. Also habe ich eine Möglichkeit, was anderes zu tun. Ich kann nämlich diese Continuous Delivery Pipeline beschleunigen. Und das ist vielleicht einfacher. Da kann ich ein paar technische Tricks benutzen. Da kann ich irgendwie versuchen, mehr Hardware raufzuschmeißen. Das heißt, ich habe dort viele, viele Möglichkeiten, die vielleicht weniger aufwendig sind, als wenn ich das System in Microservices aufteile, die aber was Ähnliches erreichen. Nämlich, dass die Teams sich weniger wechselseitig auf den Füßen draufstehen. Und das bedeutet, dass ich eben neben der reinen Migration in Architektur auch solche Sachen betrachten sollte. Das kriege ich raus über diese Motivationsfrage. Also warum migrieren wir das eigentlich und welche Alternativen haben wir. In der Zusammenfassung, Legacy bedeutet, dass wir viel wissen. Und das ist etwas, was ich zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich sollte Business Value erzeugen. Das ist für mich etwas, was eben damit zusammenhängt, dass die Domäne das Design treiben sollte. Das ist also der Grund, weswegen ich gerade das besonders gut finde, wenn man dort so vorgeht. Wenn euch das interessiert und wenn ihr das mit uns besprechen wollt, wie man da genau vorgeht, es gibt so ein 60-Minuten-Consulting. Das findet online statt und ist kostenlos. Da brechen wir das sehr gerne auf euer konkretes Problem runter und diskutieren das. URL ist swaglab.rocks slash 60-min-consulting. Das andere, worauf ich noch kurz hinweisen möchte, ist, es gibt diese Broschüre Softwareentwicklung der Mensch im Mittelpunkt. Das gibt es bei Nebenpapp zum Runterladen und das ist, glaube ich, auch noch etwas, wo wir von swaglab so ein paar Ideen zeigen, wie man eben Softwareentwicklung am Menschen orientieren kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Produktivität